Tim, ein zweites Pflichtspiel für dich, zweiter Pflichtspieltreffer. Heute hat es auch für drei Punkte gereicht. Wie froh bist du über den Sieg? Ja, der Sieg war super und die erste Halbzeit war schlecht von uns, aber nach der Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Und die zweite Halbzeit war total domination. Ich weiß nicht, wir waren sehr gut. Zwei Tore, ich habe eine super Flanke von Stiege gehabt und das war eine super Flanke. Und danke Stiegemann, das war echt super. 2-0, super, drei Punkte. Okay, seit zwei Wochen oder ein bisschen länger bist du jetzt schon bei der Mannschaft. Bist du gut angekommen? Ja, ich bin gut angekommen und die Leute haben mich sehr gut mitgenommen. Und ja, die Leute hier in Köln sind sehr lustig und freundlich. Und das ist super. Gut, dann wünsche ich mir viel Erfolg und vor allem auch noch viele Tore für den Zucker. Vielen Dank.